Was denn, Baby? Uiuiui! Hast du gemaunst? Weil du deinen Bruder verloren hast? Komm, ich lass dich auch raus. Na los, geh gucken, ob dein Bruder überhaupt noch da ist. Du bist noch da! Ja! Ich hab nämlich das Loch verstopft, wo du sonst immer rausgeklettert bist, nicht wahr? Jetzt ist das Kästchen böse. Er muss sich mit seinem eigenen Garten zufriedenstellen. Was hat er denn nur? Wollte er nicht gerade noch Cosmo jagen? Was hast denn du? Hm? Hier ist nix. Komische Katze. Kleines schweinisches Kätzchen. Oh! Was ist denn da? Wenn du eine Biene siehst, laufst du eigentlich nie. Oh Mann! Was ist denn, Apolli? Möchtest du reinkommen? Nein. Er wollte einfach nur vor der Tür sitzen, damit ich gucke. Cosmo? Bist du wieder weg, hallo? Da bist du ja, mein Kätzchen. Ja, hallo. Na, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wichtig ist, dass ihr nicht unser Grundstück verlasst. Na, ihr wisst schon. Ist ganz schön gefährlich, da draußen. Ja, Kätzchen. Was ist denn los, mein Baby? Ganz schön lange bist du draußen. Wo ist denn dein Bruder, hä? Wo ist dein flauschiger Fellknäuel von Bruder? Der hat keinen GPS-Tracker an. Das wäre vielleicht nicht ganz so Glück. Aber, sollen wir mal reingehen? Der kommt bestimmt gleich nach, oder? Komm, du hast bestimmt Hunger. Bist schon so lange draußen. Hast du keinen Hunger? Netzt mal ernsthaft, wo ist Apollo? Kätzchen, wo ist Apollo? Nein, du willst nicht rein, ne? Nee, die Sonne ist so schön. Ich weiß. Ja, ist ja gut. Ach, guck mal. Apollo hat sich getarnt. Er sitzt hier. Äh? Da bist du. Komm, Katschi. Cosmo. Hey, komm. Nach Hause. Apollo ist eben. Ah, da ist Apollo. Er ist reingelaufen und ist unter die Couch geklettert. Er hat sich dann nämlich so ein... Kennt ihr diesen Boden von der Couch, der da so drangepinnt ist? Den hat er sich runtergekratzt. Und da versteckt er sich immer, wenn er Bock hat. Oder wenn er sich unwohl fühlt. Oder wenn er Angst hat. Keine Ahnung, was er jetzt hatte. Er ist einfach drunter geklettert. Jo. Ich glaube, die Katzen kriege ich heute nicht rein. Zu schönes Wetter. Hallo. Sein nicht böse, Apollo. Wir haben nur ein bisschen gekuschelt. Cosmo ist reingekommen, wollte ein bisschen kuscheln. Und dann haben wir nur ein bisschen gekuschelt. Komm her. Wir kuscheln auch. Hm. Könnt ihr ja nicht böse sein, okay? Geht der wieder? Die Katzen haben jetzt so lange draußen getobt, dass sie schon gar keinen Bock mehr haben. Obwohl die Sonne scheint. Und sind einfach freiwillig wieder reingegangen. Komm her. Ich mach dir das ab. Danke. Sehr gut. Ja. Putz dich mal über diese Pfötchen. Dadurch, dass sie den ganzen Tag draußen waren. Sind super dreckig. Super dreckig. Muss alles sauber gemacht werden.